Im heutigen Video gibt es extrem viele Informationen. Wir hatten gestern einen Epic Games Livestream, dort haben sie extrem viele neue Dinge für Fortnite gezeigt. Noch ein paar kleine Updates zum Midas Update, das wir vor ein paar Tagen bekommen haben und noch viel, viel mehr. Dieses Video dürft ihr nicht verpassen, benutzt bitte meinen Creator-Code SEVILLE auf Ehre, Freunde. Würde ich mich einfach mega freuen und wir gehen direkt rein ins Video. So, wir fangen nochmal ganz kurz mit dem Midas Update an. Ihr wisst ja, das Update ist ja mittlerweile da. Die meisten wissen auch jetzt, Midas ist endlich entkommen und es gab auch ein paar Map-Änderungen tatsächlich zu dem Midas Update. Falls euch das nicht aufgefallen ist, hier nochmal kurz im Schnelldurchlauf die kleinen Map-Änderungen. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel dorthin geht, da wo Midas ja gefangen worden ist, dann seht ihr dort eine Tür, die aufgebrochen worden ist. Wir sehen auf dem Boden eine goldene Truhe, die aufgemacht worden ist, Midas Reboot-Karte, die Hades-Ketten und einen Schlüssel. Zudem befindet sich jetzt auch bei der Marigold-Yacht Midas seine Statue und der Tresor unten ist jetzt offen. Also, ihr könnt jetzt dort ganz normal looten, da ist auch eine magische Kiste drin. Wenn ihr auf der Map verteilt, befinden sich auch sogenannte Midas Service Stationen. Die sind auf der Map verteilt und diese Stationen bieten euch einmal einen Riss an. Den könnt ihr einsetzen für Goldbarren. Dann auch noch eine Heilung. Und das Coolste eigentlich ist eine sofortige Aufwertung eurer aktuellen aufgerüsteten Waffe. Also, ihr könnt jede Waffe, die ihr habt im Inventar, einfach dort upgraden mit Goldbarren. Und zwar, um genauer zu sein, für 500 Goldbarren könnt ihr eure Waffen dort upgraden direkt auf Legendär. Mega, mega cool finde ich. Und falls ihr es euch auch noch nicht gesehen habt, auf der Map befinden sich jetzt auch ein paar goldene Hühner. Die könnt ihr töten und dann bekommt ihr aus den Goldbarren raus. Der Midas NPC bzw. Boss befindet sich auf der Marigold Yacht, genauso wie sein Tresor. Und er verkauft uns eine Drumgun. Und wenn wir ihn töten, bekommen wir die blaue Drumgun. Und wenn wir die kaufen bei ihm, bekommen wir die epische Drumgun. Genau, so viel auf die schnelle Welle zum Midas Update. Ihr wisst ja auch, der Flow ist Lava, LTM ist da. Und wichtig nochmal zu erwähnen, vergesst bitte nicht eure kostenlose Aufträge zu machen, Freunde. Wenn ihr Flow ist Lava, LTM spielt, könnt ihr kostenlose Sachen freischalten. Und wenn ihr Battle Royale spielt, habt ihr auch noch Aufträge. Da könnt ihr die ganzen Sachen hier freischalten, Freunde. Beim Midas Flow ist Lava bekommt ihr Zeu sein Spray, Zeu seine Medaille als Spray und diese Spitzsacke. Und im normalen Battle Royale Modus könnt ihr Cerberus Spray freischalten, eine Rosenbackbling und natürlich den Gleiter. Was auch ganz cool ist, die Quests geben auch XP. Die Story Quests, also im Battle Royale, da bekommt ihr 30.000 XP. Und beim LTM, also bei Flow ist Lava insgesamt 50.000 XP. Also vergesst das bitte nicht zu machen. Und falls ihr euch wundert, wo ihr die Midas Automaten findet, die gibt es nur tatsächlich im Flow ist Lava Modus. Nicht im normalen Battle Royale. Weil ich habe die auch die ganze Zeit gesucht und habe die nicht gefunden. Deswegen, damit ihr da Bescheid wisst, weil ich wusste das auch sehr, sehr lange tatsächlich nicht. Und bei diesen Verkaufsautomaten könnt ihr eine legendäre Drum Gun kaufen. Im Flow ist Lava Modus halt noch. Okay, soviel zu Midas Update, nur mal ein kurzer Recap zusammengefasst. Jetzt kommen wir zu was ganz, ganz Krassem. Wir hatten jetzt gestern eine Unreal Engine, ja, Vorstellung oder Livestream und da wurde sehr, sehr viel geleakt, Freunde. Also, wir fangen mal an, wie wird sich Fortnite verändern? Zuallererst fangen wir damit an, dass der Epic Game Store auch bald auf iOS und auch auf Android später in diesem Jahr verfügbar sein wird. Ich denke, das Ganze wird so ähnlich wie, ja, ich würde mal sagen, Battle.net auf dem Handy. Dann könnt ihr eure Freunde angucken. Das und das könnt wahrscheinlich auch darüber Ingame-Käufe tätigen oder Spiele, aber natürlich nicht auf dem Handy spielen. Außer, wenn Fortnite wieder zurückkommt. Das soll ja auch der Fall sein, dass Fortnite Ende des Jahres auch wieder aufs iPhone zurückkommt. Und wir wissen aber heutzutage jetzt noch nicht, ob wir über den iOS oder über den Epic Game Store, den wir dann auf dem Handy haben, direkt Fortnite starten können. Das wissen wir nicht. Soviel dazu. Coole Sache auch noch. Uns wurden sehr, sehr viele Sachen gezeigt, wie zum Beispiel Fall Guys X Fortnite. Es ist tatsächlich möglich, bald in naher Zukunft ein Fall Guys Spiel in Fortnite Creative zu machen. Ihr könnt dann auch in, ja, Fortnite Creative die Fall Guys Charaktere spielen. Und egal, was ihr gebaut habt, ihr könnt dann einfach eure Map mit diesen Fall Guys Charakteren spielen. Und nicht nur mit den Charakteren, sondern auch in der Fall Guys Engine. Die bewegen sich ja natürlich auch anders als in Fortnite selbst. Und als ob ihr Fall Guys in Fortnite spielen würdet. So ungefähr können wir uns das vorstellen. Da gab es auch einen kleinen Trailer. Ich brenne den euch mal hier im Hintergrund gerade ein, den Trailer. Hier seht ihr dann auch, wie die Maps und so erstellt werden. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool tatsächlich. Ich freue mich drauf, ein bisschen Fall Guys in Fortnite zu spielen. Und ja, man. Natürlich gibt es da noch sehr, sehr viele Änderungen bei Rocket Racing. Richtig. Rocket Racing ist auch ein großes Thema gewesen. Ihr könnt dann bald einfach eure neuen oder eigenen Maps machen in Fortnite Rocket Racing. Ihr könnt die verrücktesten Maps erstellen, die ihr machen wollt und machen könnt. Also sie geben uns sehr, sehr viel Spielraum hier, was wir machen können. Wir haben jetzt Fall Guys gehabt, sozusagen im Kreativ Modus, in UFVN 2.0 und wir haben Rocket Racing. Was fehlt? Richtig Fortnite selber. Bevor wir aber dazu kommen, gibt es ja jetzt auch einen Lego Fortnite Kreativ Modus. Hier können wir auch eigene Maps erstellen und so weiter und so fort. Was wir auch gesehen haben, sind verschiedene Ninjago Stile, beziehungsweise Skins in Lego Fortnite. Und das bestätigt auch eine Kollabo, die wir bald bekommen mit Ninjago in Lego Fortnite. Und wie schon gesagt, bei Lego Fortnite könnt ihr auch ganz normal eure ganzen Sachen erstellen, machen und so weiter und so fort. Lego, Rocket Racing, Fall Guys und jetzt kommen wir mal zum normalen Battle Royale. Zuallererst zeige ich euch mal ein Bild, wie das Ganze bald aussehen wird, wenn wir zum Beispiel jetzt hier mal in das neue Entdecken Tab reingehen. Ihr könnt zum Beispiel unten sehen, wir sehen Creators you follow, also wir sehen dann die Leute, die so angezeigt werden mit einem Logo, ihr könnt diesen Creatoren folgen und so weiter und so fort. Die Bilder sind ein bisschen anders, ein bisschen kleiner gemacht worden und so, aber so soll das neue Entdecken Tab Menü dann bald aussehen, damit ihr hier auch auf jeden Fall Bescheid wisst, Freunde. Jetzt kommen wir zu was richtig krassem, okay? Und darauf haben wir sehr, sehr lange gewartet, denn Leute, später diesen Jahres soll der First Person Modus ins Spiel reinkommen. Ich kann es kaum glauben, wir bekommen die First Person Kamera ins Spiel rein, wir können Fortnite ganz normal, offiziell, ohne Mods, ohne irgendwas anderes im First Person spielen. Ihr seht ja auch was ganz kurzes eingeblendet, ein Video von UFVN, die die bereitgestellt haben für uns und das ist sehr, sehr crazy. Ich freue mich mega drauf, sie haben zwar nicht viel gezeigt, aber was kurz ist, was es auch noch gibt, ist eine Custom Map, die wir dann erstellen können. Ich zeige euch einfach mal das Video, was sie gezeigt haben, wir sind hier in so einem, ja ich würde mal sagen, Weltraumschiff oder keine Ahnung, was das sein soll, die ISS oder so. Und die zeigen ja einfach verschiedene Sachen, die wir dann bald machen können in UFVN, in Fortnite. Das ist halt krass, wir können noch mehr Sachen machen bald in Unreal Engine. Was auch sehr, sehr krass ist, bald werden die ganzen Battle Royale Seasons auch in UFVN umgeschrieben. Also eigentlich ist UFVN Unreal Engine sozusagen, aber UFVN hat halt noch nicht die ganzen Funktionen wie eine Unreal Engine und die wollen das so machen, dass ab 2025 alle Battle Royale Seasons in UFVN gemacht werden können. Somit hat jeder sozusagen Zugriff auf alle Dinge und jeder könnte in Anführungsstrichen oder hat dann die Tools, dass jeder Creator, der sich mit UFVN auskennt, eine Battle Royale Season machen kann. Das ist so deren Goal, damit wir noch mehr Tools tatsächlich haben, um noch krassere Maps zu bauen. Das ist sehr, sehr heftig. Das ist der Standpunkt jetzt auf jeden Fall. Und ja, die haben viel gezeigt, sehr interessante Dinge. Die Zukunft sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus für Fortnite. Dann gab es noch ein paar Änderungen tatsächlich im Battle Royale Modus, wie zum Beispiel die Icaro Schwingen. Da wurde ein kleines Update bzw. Hotfix gemacht. Und zwar wurde jetzt der Low Gravity Effekt bzw. der Low Gravity Effekt wird entfernt, wenn ihr springt, aber die Immunität gegen Fallschaden ist immer noch vorhanden. So, dass ihr jetzt schneller und ohne Fallschaden fallt. Die Sprungdauer wurde verkürzt, so dass ihr schneller starten könnt. Die Icaro Schwingen wurden ein bisschen besser gemacht sozusagen, weil da gab es ja so ein paar Probleme und zu viel dazu. Das war es auf jeden Fall von einem kurzen Update Video, Freunde. Mich würde es mega freuen, wenn ihr meinen Creator Code Savile verwendet. Auf Ehre. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis dann und ciao, ciao.